Eigentlich dürfte es reichen. Nein. Nee, reicht noch nicht. Okay. Jetzt aber. So langsam wird es voll hier. Ähm, da. So, sehr schön. Wärmeschie brauchen wir nicht. Ich mach mal eben hier unseren... So, ein bisschen sortieren. Die bringen 27.000, die Perlen, ey. Das ist so krass. Daniel kann da unten hin. Zink kann hier hin. Können wir noch irgendwas übertragen? Irgendwie Gold oder so? Eisen, ganz ehrlich. Eisen kann weg. Aluminium. Ja, ich kann aber Gold übertragen mal eben. So. Eisen kann weg. Finden wir überall. Ich sortier mal eben das. Ich bin, ich bin so ein Sortierfuchs. Ich bin immer so ein, so ein ordentlicher. Bei mir muss alles, bei mir muss alles seine, seine Rang und Ordnung haben, weil wenn du sammelst, schmeißt das Schiff einfach alles irgendwas querbeet. So, jetzt sind wir hier ein bisschen besser ausgerüstet. Ich würde das gerne jetzt mal ausprobieren mit den, äh, mit den, mit den, mit den, mit den Wächtern. Funktioniert das jetzt? Warte mal. Haben wir denn genug zum Aufladen? Ich werde dann nochmal eben Kohlenstoff sammeln. Vorsichtshalber. Damit wir ein bisschen hier haben. So. Und nochmal Vorsichtshalber alles aufladen. So. Ähm. Ja, scann mich ruhig. Ciao. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich... Äh. Wo rollt denn das Ding hin? Ach, hier. Toll, bereits bekannt, super. Wo ist denn die Wächterdrohne? Ohne. Wo macht der denn da hinten? Hallo, ich bin hier. Hallo, mein Freund. Komm mal mit. Ich zeig dir mal was, was ich Schönes kann, damit noch mehr Drohnen kommen. Guck mal hier, ich baue hier die ganze Kacke ab. Kampfeinheit. Ja, genau. Ich will die Kampfeinheit. Oh, ich muss nachladen. Oh, äh. Ciao. Wir haben nicht mehr so viel Leben, das fällt mir gerade auf oben, ne? Warte mal. Guck mal, ich baue hier euer Eisen ab. Oder hier euer Plutonium. Äh, Kohlestoff, meine ich. Verfeucht er mich noch? Ah ja, hier. Hallo. Guck mal hier, deine Pflanze. Baue ich ab. Krieg da oben mehr Sterne jetzt? Wo ist er denn? Hier, ich baue hier deine Pflanzen ab. Guck mal. Ah. Jetzt haben wir drei Sterne. Oh, Elite-Einer. Wo? Da. Da. Das war die Elite-Einheit. Die, die, die war mal. Alter. Äh, ich muss nachladen. Warte mal. Sorry. Ist das der Letzte? Ich muss noch mal eben hier was abfarmen, damit hier noch mehr von denen. Jetzt machen wir mal ein bisschen Action hier bei No Man's Sky. Ist mir egal, ich fahre mit alles ab hier. Da könnte er... Uuuuuh. Ich glaube... Fuck. Aua. Ja, 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 ja. Er kriegt Schaden erlitten. Kann sich mein Chip auch wieder aufladen? Wo ist denn hier der? Hä? Hallo? Nein, ich bin hier... Wo sind die denn? Hier ist irgendwo einer. Hallo? Hallo? Wo ist er denn? Hhh! Willst du mich... Alter! Willst du mich da sein? Spannte da einfach! Wie der Slenderman! Alter! Ich werd bekloppt. Wenn du etwas da ist, verrücktes machst. Ähm. Ich muss jetzt auf diesen Planeten, ne? Oh nee. Was? Generation 12? Tue ich durch deiner foss cooler Angriffsdrohne? Wo bin ich denn jetzt? Und wo ist mein Grab? Wo ist mein... Habe ich noch alles? Guten Abend Sven, ich grüße Sie. Willkommen zur Let's Play Live Show. Da ist unser Grab. Ich will das trotzdem ausprobieren. Ganz ehrlich. Ich will das ausprobieren. Ah, guck mal. Jetzt haben wir mehr Lebensenergie. Ich habe auch ganz schlecht angefangen. Ich habe auch mit zwei Balken angefangen. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr. Ich will das trotzdem ausprobieren. Ich will wissen, was bei 5 Sterne kommt. Hallo? Cool. Habe ich noch nie gesehen. Bleibt das jetzt für immer hier oder was? Geil. Achso. Den habe ich gar nicht aktiviert. Gut, dass du mich daran erinnerst. So. So, warte mal. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet, ne? Gut, pass auf. Dann können wir das nochmal testen. Ich werde nochmal eben die Waffen nachladen. Ähm. So. Hallo mein Freund. Wo ist der Wächter? Da. Guck mal hier, ich baue deine Kacke ab hier. Ja, hallo mein Freund. Ciao. So. Jetzt ein bisschen anlocken wieder. Hier, dass ich hier seine Kacke abbaue. Wenn ich hier mehr, mehr Dings kriege. Bist du der Einzige? Da ist noch jemand. Ach nee, das ist immer noch der eine hier. Der hier irgendwo, keine Ahnung, im Berg hockt oder so. Bist du was abbauen hier, damit das... Damit ich ein paar mehr Dings kriege. Nein, lad nach. Ähm. Boah, das Nachladen, das dauert. Also ich kriege Zeit, dass wir die Waffe auch auf Schießen verbessern. Uah. Hallo, lass mich, lass mich, alter, lass mich doch durch. Ich will mal ein bisschen Action hier haben bei No Man's Sky. Deswegen will ich das ausprobieren, wie das so ist. Lad nach. Hüah. So. Ich müsste so Pflanzen haben, wo ich das Schild opladen kann. Das wäre cool. So, wo ist hier... Warte mal. Guck mal hier, Leute. Ich baue eure Kacke ab. Kriege jetzt ein paar mehr Sterne. So. Wo ist denn... Nein, verdammt. Mist. Jetzt habe ich keinen Wächter mehr hier, ne? Oder? Ist hier noch irgendwo einer? Ja, hier irgendwo, aber ich habe keine... Was ist das denn? Ist das ein Pokal? Ich glaube, das ist ein... Was ist das denn? Okay. Okay. Boah, ich will die große Einheit nochmal haben. Ganz ehrlich. Aber das so brauche ich drei bis vier Sterne. Aber wo kriege ich denn jetzt? Wo ist denn hier noch so ein Wächter, der jetzt formt? Kommt hier keiner oder was? Die Musik beruhigt sich auch gerade irgendwie nicht. Gibt es hier irgendwo... Okay, ich glaube, wir müssen das nochmal neu anfangen. Ich versuche das mal da in dem Gebäude. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Chancen. Weil dann können wir ins Gebäude rennen und so. Und tralala. Ich probiere das mal. Ich will diese grieße Vieh nochmal sehen. Das ist ja ein Mörder. Und was kommt denn bitte bei fünf Sternen dann? Wenn der schon bei drei oder vier kommt. Kommt da so ein riesen Fahrzeug dann an und überfährt dich? Oder wie? Boah, wie geil. Hm, Pumai-Sumpf. Pumai-Sumpf ist auch geil. So, warte mal. Ähm, Blitzwerfer nachladen haben wir schon. So, wo sind die? Können wir hier schießen eigentlich? Warte mal. Kann ich hier schießen? Ich hab auf den geschossen, passiert aber nix. So, wo ist denn hier? Ah, hallo mein Freund. So. Ciao. Ja, wo ist die andere Wächterdrohne? Oh, einer deaktiviert. Hammer, andere kennen wir bereits. Weißt du, wenn du mal so ein Wächterdrohnen brauchst, dann sind sie nicht da. Aber wenn du sie nicht brauchst, wenn du gerade irgendwann am Abbaum bist, fliegen sie dir mitten in den Strahl rein. Ist immer so. Was bist du denn? Ich hör doch schon wieder. Da ist schon wieder einer. Hallo mein Freund. Guck mal mit. Ich will dir mal was zeigen, was ich kann, was schön ist. Guck mal. So, guck mal hier. Ich baue hier dein schönes Aluminium alles ab. Oder hier dein Kohlenstoff. Und hier dein Aluminium. Hier auch nochmal Aluminium. Hier auch nochmal Aluminium. Und hier dein Kohlenstoff baue ich ab. Kannst du alles gucken. Guck mal. Ich baue alles ab, ja. Kannst du gucken. Inzwischen durch grille ich dich auch mal eine Runde. So. La, 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 la. So, jetzt muss ich ihn erstmal abballern. So, rechter Kampfeinheit im Einsatz. Wo? Da. Ist mir egal. Ich baue es trotzdem ab. Weil ich, äh, gerne ein bisschen... Ja, 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 ja. Ist mir klar. Ich will ja nur zeigen, was das hier abbauen kann. Damit ich hier eine größere Range kriege. Boah, die Alte geht mir auf den Sack. Keine Fallen, wenn sie in den Sitzenden hast. Wieso kommt denn jetzt dieser Große nicht? Ja. Ich werde so abnütteln. Jetzt kommt die Elite-Einheit. Alter, wo? Was? Alter, die... Natürlich, die spawnen direkt bei mir. Es ist doch... Es ist so ein Witz. Lauf doch. Das gibt's gar nicht. Wo ist die Einheit? Lad nach. Nein, alter. Ciao. Natürlich. Ja, lad nach. Was? Ach, komm. Mann, ey. Das gibt's gar nicht. Ich will die große Elite-Einheit sehen. Did the update fix the problem for you? Äh, hi Craig and welcome. Ähm, a little bit. A little bit. Oh, verdammt, ey. Das gibt's gar nicht. Das ist aber so... Es ist aber so brutal schwer. Stahlungsdinks defekt, was? Och nein, ey. Jetzt haben wir echt hier... Eisen und Kohlestoff. Das finden wir schnell. So. Hier nochmal ein bisschen Plutonium. Bisschen Kohlestoff sammeln. Und Eisen. Das haben wir dann... Wo ist unser Grab? Da ist unser Grab. Reise, Meilenstein. Stahl-Ausfluss. Nötale. Weil das mit den Wächtern drinnen ist schon ganz geil. Ich würde das gerne mal echt mal ausprobieren, wie viel man da... Wir brauchen noch Eisen. Oh, okay. Nein, das ist Kohlestoff. Da ist das Eisen. Ähm. Ja. So. Dann holen wir uns nochmal eben das Grab wieder. Also unser altes Inventar. Lalalalalalalalalalalala. Ich will diese riesen Einheit besiegen. Und gucken, was dann kommt. Aber ich glaube, das wird erstmal nicht möglich sein. Ich glaube, da muss ich noch meinen Anzug, glaube ich... Oh. Hallo, Freunde. Ich glaube, da muss ich, glaube ich, meinen Anzug noch ein bisschen mehr ausbauen. Oh Gott. Das heißt... Das muss weg. Das muss weg. Okay. So, wir sind full... Full HD. Technologie aufgeladen. Ähm. Warte mal eben. Technologie aufgeladen. Haben wir denn die Granate auch aufgeladen? Mache ich mal eben. Vorsicht, weil... Damit schaffen wir es vor... Sofort die Dings. War ich nicht. Was das denn jetzt? The crashing has stopped for me. So happy, Flexi. Ja, great. Ähm. I have no problems now. At the... Patch. We... I have no problems. With the game. At the last patch. Raa. I will try the big... It's a big guard. To fight with me. I searched the... I searched for the big guard. Ähm. Come to me. My little friend. So, is a... Raa. Raa. Bye, bye. Das Problem ist, man... Ich weiß nicht... Oh, 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 jetzt, jetzt, jetzt. Lad nach, komm. Head, lad nach. Ja, so, der ist schon mal weg. Reicht das, wenn die einen nur verfolgen, oder wie ist das? Natürlich zwei direkt. Huuu. So, reicht das, wenn ich in den Kreis laufe? Füllt sich dann irgendwie meine... Meine Anzeige, oder wie ist das? Nein. Mein Gott. Aua. 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 Wo ist er? Reiser. Ich buche jetzt noch Hilfe, oder wie ist das? Oder... Ja, ja, im Metapol. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich buche hier deinen scheiß Planet ab, du kack... Wächter. Oh, dein... Wo, 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 wo? Wo? Natürlich, da hinten. Du willst mich doch aufarschen. Höh. Alter. Nein. Mann. Alter, wieso hänge ich denn hier? Das gibt's doch nicht. Ist das ein Kackspiel? Entschuldigung. Äh. Ist die Elite einer tot? Ja, ist er. Jetzt brauche ich aber eben... Nein, ich muss hier nachladen. So, das ist hier mit den Wächtern. Und die Wächter weg. So. Alter, was? Ich habe die Wächter. Gestirbt! Yeah, so. Wo ist der Große? Wo ist der Große, verdammt nochmal? Ich brauche den Großen. Wo ist, wo ist verdammt nochmal der Große? Der Große müsste doch jetzt gleich kommen, oder? Ah, ne, bei 4 kommt der. Was kommt bei 5, frage ich mich. Hallo, mein Freund. Bzzzzzzz. Ich glaube, das ist ein Bug, ne? Kann das sein? Hello Games, have some new equipment coming and will the rocket use it? Yes. Of course. I'm so happy about the updates. Toll, jetzt kommen die Wächter nicht mehr, ey. Oh, man. Mann. Na super. Verdammt. Das gibt's gar nicht. Guck mal, der hat noch Leben, aber irgendwie seh ich den nicht. Warum nicht? Warum kann ich den, kann ich den nicht treffen, oder wie ist das, oder? Wo ist der denn hier? Oder ist das der hier? Huch. Was ist denn? Hui. Habe ich den jetzt erledigt? Nein. Was ist denn hier? Okay. It's all fixed. All fixed. Ja, Inventar voll. Ja, hol mal rum. Na toll, jetzt kommen die, jetzt kommen die dämlichen Dings nicht mehr. Die Wächter. Das heißt, wir müssen alles von vorne anfangen. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht.